So, Leute, willkommen zurück. Er sieht jetzt ungefähr wieder so aus wie vorher, würde ich behaupten. Was ihr ja nicht mal gesehen habt, aber ich glaube, ich habe ihn nochmal so ungefähr so erstellt. Er hat hier so eine Naube im Gesicht und hier eine Tätowierung in dem Gesicht oder Kriegsbemalung oder was auch immer. Und rote Haare und so einen roten Bart und blaue Augen und Augenbrauen hat er auch und so und was. Und jetzt sind wir also fertig damit und müssen ihm noch einen Namen geben und wir nennen ihn natürlich einfach... Schon wieder passiert das. Das war auch schon passiert. Wir nennen ihn einfach Maru, damit das geklärt ist. Fertig. So, hallo. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hm, scheiß so. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Fick dich. Ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Na toll. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich will aber nicht. Schon wieder gespeichert. Okay. Nein, ich bleib hier. Nein! Ah, scheiße. Okay. Ich habe keine Wahrheit, wie es aussieht. Das ist General Tullius. Der Typ da. Hallo. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helden nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Hm. 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 Was war das? Ja, ist eine gute Frage. Hat war. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der Achtgöttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen, schweigt. Und bringen wir die Sache hinter uns. Hm. Der Typ ist hot. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe mich den ganzen Morgen zu. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Oh shit. Oh mein Gott. Okay. Der Kopf liegt jetzt da drin. Hm. Einfach so. Kaiserlichen Dreckskerle. Gerechtigkeit. Wer hat das gerufen? Den Sturmwänden. Wer? Wer soll das? Tode so furchtlos, wie er im Leben ist. Leben war. Genau. Nein. Das bin ich. Hä? Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich hab's gehört. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ähm. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Nein. Och nee. Ey, Moment mal. Pack dir den Körper nicht mal weg? Was? Und... Moment. Sag mir nicht, der Kopf liegt immer noch da drin. Guck mal nicht so an.